Musik Herzlich Willkommen zu Abonnenten-Base-Review Nummer 18 Ihr habt absolut recht, wo ich mich erstmal entschuldigen muss Ich habe die letzten Videos, oder generell passiert es mir ein paar Mal, dass ich den klar nicht finde Obwohl er da ist, also ich den einfach im Video übersehe Aber ja, das Ganze für meine Verteidigung ist sozusagen live Das heißt, ich bereite natürlich klar den Namen und die Infos vor Aber das Suchen an und für sich mache ich dann wirklich live im Video Und da kann es doch das ein oder andere Mal passieren, dass ich in die Richtung was übersehe Dafür, ja, ich schaue, dass ich es ändere Fangen wir direkt an mit die Flauschigen, der Clan Scheint es nur einen zu geben, also kann ich da nicht viel übersehen Und den, den wir suchen, ist ein King, ist Level 99 Dann schauen wir mal, wo wir den einen King haben Zu Pokalen oder dergleichen hat er es leider nicht noch mehr dazu geschrieben Und entweder ist er ganz weit unten am Farmen Oder er ist mittlerweile nicht mehr im Klaren Hier haben wir King S, der mit einem King wenig zu tun hat Aber von daher lasst mich mal noch einmal drüber schauen Ich sehe ihn hier jetzt nicht Also scheint er wirklich nicht mehr im Clan drin zu sein Und es gibt es dementsprechend auch, was die Flauschigen angeht Nicht mehrere, sodass das der richtige Clan gewesen sein soll Also können wir direkt mit einem neuen starten Jetzt haben wir hier den Clan Can't Steal Spirit Gleich nochmal schauen und gleich verschrieben Also ja, ich denke, ihr kennt es selber auch Man verschreibt sich doch mal recht schnell an der iPhone-Tastatur Am iPad geht es ein bisschen besser Aber ich nehme meine Videos hier immer mit dem iPhone aus Und muss dann parallel noch schauen, wie man das schreibt Und parallel noch kommentieren Also Multitasking vom Feinsten Jetzt sollte ich es auch richtig geschrieben haben Can't Steal Spirit Und er zeigt mir gar nichts an, obwohl ich auf Suchen bin Ein hervorragender Start Jetzt habe ich die Verbindung zu den Servern verloren Was das Ganze noch interessanter macht Was aber auch erklärt, warum wir niemanden gefunden haben Das heißt, auf ein neues Ist halb live, wie gesagt, gehört dazu Ich schneide es auch nicht raus, weil Warum auch, es kann ja auch durchaus Für euch ein bisschen zur Belustigung dienen Can't Steal Spirit Da haben wir ihn Bzw. ja, ein einziger Clan Jetzt schauen wir nochmal Can't Steal Spirit Richtig geschrieben habe ich es Und wir haben hier den Anführer Level 66 Ne Gut, ähm, das ist ein würziger Start Wurde ich ihn mal beschreiben Sodass wir es direkt nach Clan Nummer 3 schauen Alle guten Dinge sind drei Wir haben hier Royal Clash Ein sehr, sehr cooler Name Schon mal Und jetzt schauen wir mal Wappen Hellblau Dunkelblau Hellblau Dunkelblau Das wäre eventuell der hier Ähm, Pokale hat Ähm, Mitglieder 30 bis 40 Jetzt haben wir hier 20 Das wäre aber das einzige Was mit hellblau Dunkelblau Name Bonbon Bonbon Schauen wir mal, wo wir den Bonbon haben Da haben wir ihn Perfekt Der erste erfolgreiche Wie gesagt, aller guten Dinge sind drei Ähm, Level 43 985 Pokale Schauen wir uns gleich mal an Haben hier Rathaus Level 7 Leider aber jetzt zerstört Also auch da werden wir nicht groß weiterkommen Sodass ich sagen würde Wir machen weiter Ähm, mit Helvetica 2.0 Das heißt, ja Sollte es höchstwahrscheinlich auch einen 1er Clan geben Aber wir haben in diesem Fall jemanden aus Helvetica 2.0 Und das ist Ein orange-weißes Wappen Das passt Spieler ist Moritz Schauen wir mal, wo wir den Moritz haben Da haben wir den Moritz Ist noch recht neu Ähm, im Clan Noch mit einer neu Signalisiert Und hier endlich mal jemanden Dem wir es auch reviewen können Haben hier Rathaus Level 9 Eine Farmbase Das Rathaus also draußen Kann man es auch immer recht gut Mit meiner eigenen Base Ähm, vergleichen Und da, ganz ohne schlechtes Gewissen Muss ich sagen Ist der Moritz schon mal besser dabei als ich Er hat jetzt hier alle Magier-Türme auf 7 Alle Kanonen auf 11 Das habe ich auch Hat die Minenwerfer auf 7 Das habe ich bereits auch Ansonsten hat er Magier-Türme auf 10 Die können also noch eine Stufe hoch Aber ich weiß es selber zu gut Dass sie richtig, richtig teuer sind Mittig, ähm Wird schon ein X-Bow auf Level 3 geupgradet Also auch richtig stark Und was natürlich schon mal recht solide ist Ist der innere Kern hier Wo er momentan, so wie es aussieht Nach und nach die Mauern von Level 7 Auf Level 8 bringt Also meiner Meinung nach Eine grundsolide Farm-Base Ähm, viele unterteilte Bereiche Und ich denke gerade Hier ist Dunkle Elixier Schon in der Mitte gestützt Sie haben die Clanburg ganz mittig Was wirklich richtig fies ist Je nachdem, was da für Truppen drin sind Der Barbarenkönig auf Level 10 Bogenschützenkönig in Level 8 Und gerade läuft auch irgendwas im Labor Was da geupdatet wird Also für mich eine richtig gute Base Ähm, mit Level 87 Ja, ich habe das ja schon oft thematisiert Das Level-Thema Dass da früher die Berechnung irgendwie anders war Dass man es also mittlerweile Nicht mehr ganz so vergleichen kann Aber schaut top aus Also, Thumbs up Richtig gute Base, Moritz Ähm, als nächstes Nach langer, langer Zeit Mal wieder jemand aus unserem Clan Beziehungsweise in dem Fall Aus unserem 2. Clan Brennerchen 2.0 Wo ich wirklich schon lange Nicht mehr vorbeigeschaut habe Da werde ich vielleicht in naher Zukunft Auch nochmal, ja, sag ich mal Irgendeine Special-Serie machen Ähm, dass dann nur welche reinkommen Die auch wirklich in einem Brennerchen-Clan sind Wir haben hier FL3D Und so weiter und so fort Mal schauen, ob wir den noch haben Weil da scheint es gerade Heiß hergegangen zu sein Was? Da haben wir ihn aber FL3D 6-3-1-2 Rathaus Level 8 sagt er Das ist noch aktuell Ähm, haben hier in den Poki-Base Haben innen schon Mauern Level 7 Außen noch ein paar Level 6 Nicht aus Farmen ausgelegt Von Verteidigungseinheiten her Was er da gut macht Ganz klar Elixier in der Mitte Und die Clanburg Magier-Türme sind in dem Fall Auf Level 4 Minenwerfer wird hier gerade Einer noch von 5 auf 6 geupdatet Die andere sind schon auf 6 Die Bogenschützen auf 8 Also ich würde auf alle Fälle Die Mauer noch fertig machen Auf 7 Ähm, bevor du das Rad Das Upgrade ist Und sonst Ja, wie man es kennt Alles auf Maximum Base Design Wurde ich sagen Schaut auch ganz gut aus Hier das Elixier Ist vielleicht ein bisschen weit außen Aber es ist noch ein Kleineres Das heißt, da kann man noch Nicht ganz so viel rausholen Auch das Goldlager Wärme fast ein bisschen weit außen Ähm, aber alles in allem Ich denke, hier verbirgt sich Ein Tesla Und hier wird noch ein Tesla sitzen Und hier wird ein Tesla sitzen Und da wahrscheinlich auch Ja, schaut solide aus Also Habe ich jetzt nicht groß Was zu beanstanden Würde ich einfach so weitermachen Wie gesagt, die Mauer noch vorher schauen Und ja, ihr kennt es Ich bin ein großer Fan davon Alles aufs Maximum zu bringen Ähm, bevor ich eben Mein Rathaus update Und es sieht danach aus Als wenn du das auch machen würdest Da würde ich auch wirklich dran bleiben Weil es macht einfach Sinn Also im Nachhinein Ähm, muss ich wirklich sagen Klar, wenn man ganz neu ist Viele wissen das noch nicht Ähm, empfehle ich wirklich jedem Auch wenn ihr ganz neu dabei seid Schaut, dass ihr wirklich anfangt Ähm, anfangs alles Auf die höchste Stufe zu bringen Und dann aus das Rathaus Ähm, Mauern Ja, klar, ist immer so ein Thema Ich update die Mauern selber nicht dann Man braucht da einfach viel Zeit Gerade wenn man eben jetzt Sag ich mal Nicht ständig farmen kann Weil man gut farmen kann Das ist wirklich top Dann hat man wirklich schön Zeit Ähm, zu sagen Ich kann auch so meine Mauern updaten Wenn man das aber nicht hat Ja, ähm Wenn man also nicht viel Zeit hat Zum Farmen Was ja einfach zeitintensiv ist Wo man auch dementsprechend Viel angreifen muss Dann wird es schon schwierig Von daher Schaut wie es macht Also Mauern Klar gehört auch dazu Ich, gerade Rathaus 9 Kann man sagen Bringt es eigentlich nicht so viel Da ihr hauptsächlich Mit Schweinereitern angegriffen werdet Ähm, mit Rathaus Level 10 Schützt euch da der Inferno Tower Wieder besser für Aber ich sehe es oft selber bei mir Ähm, klar meine Mauern hinken Die müssen mindestens noch alle auf 8 Aber momentan habe ich mit meinen Level 7 Mauern auch wirklich keinen Nachteil Da ich fast, wenn ich geblättert werde 100% Und dann einfach die Schweinereiter Mit Heilzauber kombiniert Da kann ich noch so starke Mauern haben Ähm, die würden in dem Fall gar nichts bringen Dann kommen wir heute zum dritten im Bunde Der Clan Wildhawks Und wir haben den Spieler Schalke Auch wenn ich da kein großer Sympathisant Der Mannschaft bin Schauen wir uns natürlich deine Base Gerne gleich mal an Ähm, haben hier auch Rathaus Level 8 Auch eine Farm Base mittig Und hier haben wir jetzt Ähm, ein Magelturm schon auf 6 Der zweite wird gerade geupdatet Der dritte ist noch auf 5 Ansonsten Mauern sind jetzt innen schon Ein bisschen auf 7 Außen haben hier noch deutlich mehr auf 6 Kanonen sind alle auf 10 Luftabwehr wird hier gerade auf 5 geupdatet Die anderen 2 Eine ist schon auf 5 Eine ist noch auf 4 Barbarenkönig gerade am Schlafen Und Regenerieren auf Level 2 Ähm, gerade hier wird geboostet Dunkles Elixier Haben wir den Bohrer Und ansonsten Joa Also das Base Design an und für sich Du hast jetzt auch hier Dunkles Elixier in der Mitte Und die Clanburg in der Mitte Minenwerfer und Magiertürme außenrum Schaut also auch solide aus Ich denke da wird es auch je nachdem Ja, vom Pokal bis recht weit unten Sodass es indirekt doch eine Farmbase ist Oder vielleicht vom Farmen kommst Oder trotzdem extra Pokale verlierst Ich denke ich sollte man auch ganz gut Leichte Gegner finden Wo man wirklich was reißen kann Und die Base ja ganz klar Auch hier wieder schön weiter updaten Der dritte Magierturm schreit natürlich auch Ich will Level 6 sein Ähm, die Mauern alle noch schön auf 7 bringen Und wenn dann alles wieder schön auf Maximum ist Ähm, dann dementsprechend auch einfach wieder Das Rathaus Level 9 Aber das würde ich dir noch ein bisschen Zeit geben Beziehungsweise sagen, lasst dir noch Zeit Kaserne läuft hier gerade noch auf 9 Die haben wir auf 8 Hier oben haben wir schon eine auf 10 Packers sind also auch schon vorhanden Und hier haben wir noch eine auf 7 Das ist natürlich auch so Wo man sagt, muss ich die aufs Maximum bringen Bevor ich update den Geschmack Sag ich mal Also ich selber mach's mittlerweile Was einfach alles auf der höchsten Stufe ist Aber muss das nicht unbedingt machen Weil das ist ja, sag ich gerade Was die Verteidigung angeht Im Nachhinein nicht jetzt super wichtig Zum Beispiel hier hab ich jetzt aber auch wieder gemacht Meine dunkle Kaserne Ich hatte viel Elixir übrig Hab jetzt beide auf 5 gemacht Obwohl ich momentan nicht mal mit Hexen angreife Von daher ja, meiner Meinung nach Wirklich einfach eine Ja, ich würde es Geschmackssache nennen Jo, das war's zum heutigen Abonnenten-Base-Review Bewerbt euch wieder fleißig Ich bin wirklich gerade sehr gut dabei Was dann das Kommentare durchlesen angeht Ihr seht auch, ich hatte Obwohl es am Anfang recht schwer war Den Gegner zu finden Schön viele Alternativen dabei Von daher bin ich gespannt Was für Bases beim nächsten Mal dabei sind Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen Freue mich über jede Bewertung Jeden Daumen hoch Jeden Kommentar Jeden Facebook-Like Macht's gut, bis zum nächsten Mal Tschau Bis zum nächsten Mal Tschau